Früher wurde die Bezeichnung Queer im Sinne von sonderbar, eigenartig, suspekt verwendet. Hallo? Queergeredet. Hallo? Kann mich jemand hören? Weiß jemand, wie das hier angeht? Das Adjektiv Queer bezeichnet Personen, Handlungen oder Dinge, die von der gesellschaftlichen Cis-Gender-Heteronormativität abweichen. Das ist Queergeredet. Der Podcast von Gentleman. Queergeredet. Warum sind queere Menschen im Profisport immer noch die Ausnahme? Wovor haben homofeindliche Menschen eigentlich Angst? Und warum müssen wir eigentlich immer noch jedes Jahr für Gleichberechtigung demonstrieren? Queergeredet befasst sich genau damit. Beiträge aus der queeren Lebenswelt, gesellschaftliche Aspekte, Sexualität und HIV- und STI-Prävention. Queergeredet. Wir nehmen unsere HörerInnen mit auf eine gemeinsame Reise. Wir nähern uns Themen an, erarbeiten Hintergrundinformationen, weisen auf Umstände hin, stellen Fragen und suchen Antworten. Und wir bieten so allen, die ihren Weg noch suchen, Orientierung und Unterstützung. Und das immer auf Augenhöhe und mit, statt über Menschen. So entsteht ein neues Format für die Szene aus der Szene für alle. Ich bin Lars und bald geht's los. Queergeredet ist ein Podcast von Gentleman Baden-Württemberg.